Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind eine kleine Familie aus Norddeutschland, die gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Seit ein paar Jahren halten wir uns aus beruflichen Gründen in Albanien auf. Deshalb ist Tirana der Ausgangspunkt für die meisten unserer Reisen. An den Wochenenden sind wir viel in Albanien und in den benachbarten Ländern unterwegs. Im Urlaub und in den Ferien unternehmen wir dann auch längere Reisen. Wenn Ihr auch gern reist und Anregungen für neue Routen und Reiseziele sucht, seid Ihr auf unserem Kanal genau richtig. Wenn Ihr unseren Kanal abonniert, dann werdet Ihr sofort informiert, sobald wir ein neues Video hochgeladen haben. Viel Spaß beim Stöbern und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal.